Hey, Leute! Ich bin's, Tim. Warum gibt es so viele verschiedene Sprachen? Warum sind Deutsch und Indisch sprachlich verwandt? Und kann man die Sprachen der Welt eigentlich klassifizieren? Schauen wir mal. Es gibt über 6500 gesprochene Sprachen auf der Welt. Um den Überblick zu behalten, will man verständlicherweise Verbindungen unter ihnen herstellen. Aber ist das bei so vielen Sprachen überhaupt möglich? Dafür gibt es in der Sprachwissenschaft zwei verschiedene Wege der Klassifikation. Erstens die Einteilung der Sprachen in Sprachfamilien. Das nennt man auch genealogische Einteilung, weil man davon ausgeht, dass verschiedene Sprachen untereinander verwandt sind. Und zweitens in Sprachtypen. Das ist dann eine typologische Einteilung, die nach grammatischen Kriterien funktioniert. Fangen wir mit der genealogischen an. Du weißt bestimmt, dass es große Gemeinsamkeiten zwischen z.B. Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Rumänisch gibt. Diese Sprachen gehören zur romanischen Gruppe, denn sie sind durch das Latein der Römer entstanden. Die Römer hatten diese Länder ab dem ersten Jahrhundert vor Christus nach und nach unterworfen und besiedelt. Latein wurde als offizielle, überregionale Sprache eingeführt. Nach und nach verbreitete sich dann das sogenannte Vulgär-Latein als gemeinsame Sprache, die von den unteren Schichten gesprochen wurde. Dieses Vulgär-Latein, eine vereinfachte Form des römischen Lateins, vermischte sich regional mit den Sprachen, die dort vorher schon existierten. So entstanden eigene Ausprägungen der Grammatik, des Wortschatzes und der Aussprache. Später entwickelten sich die Sprachen wie z.B. in Frankreich und Spanien isoliert weiter. Die genealogische Klassifikation gibt also an, wie und welche Sprachen verwandt sind. Die meisten Verwandtschaften ergeben sich durch Völkerwanderungen oder Kolonialisierung. So ist das Deutsche genau wie die romanischen Sprachen eine indoeuropäische Sprache. Wir nehmen an, dass es im Westen der Türkei und im Kaukasus, also zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, früher ein Volk gab, das sich aus irgendeinem Grund, z.B. Dürre und Krieg, auf den Weg machte, um neues Land zu finden. Ein Teil dieses Volkes ging dabei Richtung Westen, nach Europa, der andere Teil zog über den Iran bis nach Indien. Dabei änderten sich die Sprachen über die Jahrtausende so stark ab, dass man ganz genau hinschauen muss, wenn man Gemeinsamkeiten finden will. Weitere Untergruppen der indoeuropäischen Sprache, außer dem romanischen und dem germanischen, sind das Persische im heutigen Iran, das Slawische, das sind die ganzen Sprachen Osteuropas und Russlands, das Hindi und vereinzelte Sprachen wie Griechisch, Albanisch und Baltisch. Was für ein babylonisches Gewirr! Gemeinsamkeiten findet man meist über verwandte Wörter. Ein Beispiel. Das lateinische Wort nix bedeutet Schnee. Die beiden Wörter sind verwandt. Hä? Wie das? Das Verb von nix ist ninguit. Die Wortwurzel ist dabei nig. Die Wortwurzel ist der Teil eines Wortes, der übrig bleibt, wenn man alle ergänzenden Teile wie Geschlecht, die Anzahl, die Wortart usw. abzieht. Die Wortwurzeln kann man jetzt mit den Wurzeln des selben Wortes in anderen Sprachen vergleichen. Im griechischen heißt sie niv, im litauischen sniega, im russischen snek. Von dort ist es nicht mehr weit zu unserem Schnee und dem englischen snow. Andererseits ist man durch das verwandte indische Wort sneek auf eine weitere Bedeutung gekommen. Es heißt klebend sein. In der genealogischen Sprachwissenschaft ist es das letztendliche Ziel, eine gemeinsame Ursprache der Sprachen zu finden, wie das Indoeuropäisch als Vorgänger der europäischen, der indischen und der persischen Sprache. Neben dem Indoeuropäischen gibt es noch andere wichtige Sprachfamilien. Das Afroasiatische in Nord- und Ostafrika, zu dem Arabisch gehört. Das Altaische, wozu das türkische und mongolische Zentralasiens gehört. Das Sinotibetische, das sind die Sprachen Chinas, wie zum Beispiel das Mandarin. Und das Uralische, dazu gehört die einzige nicht indoeuropäische Sprachgruppe in Europa. Das aus dem Finnischen, dem Ungarischen und dem Estischen besteht. Und das das Finougrische genannt wird. Allerdings passt nicht jede Sprache in eine Klassifikation. Häufig, weil sie keinerlei Verwandtschaft oder Ähnlichkeit zu einer anderen Sprache hat. Solche Sprachen steckt man alle zusammen in die Kategorie isolierte Sprachen. Wie es sie in Amerika und Südostasien häufig gibt. Weil die Sprachfamilien nicht immer genau definiert sind und sich manchmal keine Verwandtschaften finden lassen, hat man versucht, Sprache auch typologisch zu klassifizieren. Hier achtet man nicht auf Ähnlichkeiten von Wörtern, sondern auf Veränderungen, sogenannte Morphologien der Grammatik. Denn Wörter verändern sich viel schneller als die Regeln einer Sprache. Und die Gemeinsamkeiten verwandter Wörter gehen viel schneller verloren. In der Sprachtypologie unterscheidet man zwischen analytischen und synthetischen Sprachen. Analytisch sind dabei Sprachen wie Chinesisch. Hier werden die einzelnen Wörter unverändert, also unflektiert, nebeneinander gestellt. Das nennt man auch isolierende Sprache. Ta bu hui yong dao qi fan heißt zum Beispiel wörtlich übersetzt Er nein kann benutzen, Messer essen Reis. Was heißt, er kann Reis nicht mit dem Messer essen. Im Deutschen ist dabei das kann, nicht und dem flektiert. Im Chinesischen gibt es sozusagen nur Infinitive, also Grundformen. Bei den synthetischen Sprachen hingegen werden die Wörter verändert und zusammengestellt. Die flektierenden Sprachen wie das Spanische oder auch das Deutsche verwenden sich verändernde Wortanfänge und Wortendungen, um Unterschiede auszudrücken. Das spanische Wort estuvieron zum Beispiel kommt vom Infinitiv estar, was sein bedeutet. Die Infinitivendung ar wird jetzt weggelassen und die Endung uvieron angehängt, die Auskunft über vier Dinge gibt. Subjekt, Anzahl, Modus und Tempus. Im Deutschen übersetzen wir es